Diese exklusive Ferienwohnung liegt in der vornehmsten Wohngegend von Halifax. Sie ist ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der zauberhaften Provinz Nova Scotia. Hier genießen sie einen traumhaften Blick über den Northwest Arm, dem beliebten Meeresarm der Stadt. Die Ausdattung des 210 Quadratmeter großen Apartments ist luxuriös. Es bietet vier Erwachsenen und zwei Kindern bequem Platz. Viel Wert wurde auf die geschmackvolle Inneneinrichtung gelegt. Sie werden die ruhige Atmosphäre im Haus selbst spüren. Die edel designte und voll ausgestattete Küche lässt keine Wünsche offen. Eine Etage höher befinden sich die Master Suite mit Marmorboden und eine Lounge Area. Im aufwendig ausgestatteten Bad finden sie eine Badewanne mit Whirlpool-Funktion und eine stilvolle Dusche vor. Dazu kommen ein Hauswirtschaftsraum, ein weiteres Zimmeratelier und ein Schlafzimmer mit Einliegerbad mit Dusche und WC. Erkunden sie die Stadt Halifax mit ihren vielen Angeboten oder fahren sie die berühmte Lighthouse Route entlang der Südküste von Halifax und besuchen sie Peggy's Cove mit dem historischen Leuchtturm. Nova Scotia, das übrigens auf demselben breiten Grad wie das südliche Frankreich liegt und damit ein tolles Klima bietet, ist gar nicht so weit wie sie denken. In weniger als sechseinhalb Stunden können sie per regulärem Flug die Hauptstadt Halifax von den größten deutschen Flughäfen anpflegen. Wir freuen uns auf ihren Besuch!